Eines der Themen, womit sich jeder Welpenbesitzer auseinandersetzen muss, ist das leidige Thema Stubenreinheit. Wie bekommt ihr euren Welpen schnell stubenrein und welche Fehler solltet ihr dabei vermeiden? Und wie reagiert ihr richtig, wenn euer Welpe doch mal reinmacht? In diesem Video gehen wir das Thema Stubenreinheit von A bis Z ganz genau durch. Viel Spaß! Generell ist wichtig zu sagen, es ist absolut normal, dass Welpen zu Beginn nicht stubenrein sind und auch mal reinmachen. Das liegt zum einen daran, dass sie ihre Blase und ihren Schließmuskel noch nicht voll kontrollieren können. Das dauert einige Zeit und kann übrigens bis zu fünf Monate dauern, bis das der Fall ist. Zum anderen müssen sich erstmal in den Alltag einfinden und ihr und euer Welpe eine gewisse Pipi-Routine finden. Und schlussendlich hängt der Erfolg auch davon ab, wie ihr wohnt. Also, wenn ihr ein Haus mit Garten habt, ist das natürlich um einiges leichter, den Welpenstuben reinzubekommen, als wenn ihr beispielsweise im zehnten Stock eines Wohnhauses wohnt und ihr müsst erstmal eine lange Reise antreten, um euren Welpen rauszubringen. Also berücksichtigt das und macht euch da auf keinen Fall Stress. Also, wie bekommen wir jetzt unsere Welpenstuben rein? Das Studienreinheitstraining beginnt mit der richtigen Vorbereitung. Also, räumt erstmal eure Teppiche schlichtwegs weg. Was ich außerdem empfehlen kann, ist euren Wohnraum mit Gittern oder ähnlichem abzugrenzen, sodass ihr euren Welpen optimal überwachen könnt und er sich nicht einfach so heimlich irgendwo eine Lieblingslösestelle finden kann. Hunde sind Gewohnheitstiere und so ein Lieblingsplatz wieder abzutrainieren ist gar nicht so leicht. Deswegen, je nachdem wie euer Wohnraum ist, grenzt mal so ab, dass euer Welpen nicht verschwinden kann. Des Weiteren solltet ihr euch genug Reinigungsmittel und Küchenrollen besorgen. Der ein oder andere Unfall wird passieren, seid da vorbereitet, sodass ihr schnell nachputzen könnt. Hierfür reicht ein ganz normaler Haushaltsreiniger, mit dem ihr aber gründlichst den Urin entfernt, sodass es ja nicht weiterhin nach Urin riecht. Denn das animiert die Welpen nochmal drüber zu machen. Bietet eurem Welpen eventuell ein Notklo an. Das können Windlauflagen oder Zeitungspapier sein, bis hin zu speziellen Welpentoiletten mit falschem Gras. Gerade für all jene von euch ohne Garten kann das eine enorme Hilfe sein. Diese Stelle ist sozusagen ein Notklo für den Welpen, das dem Welpen immer zur Verfügung steht. Der Welpe soll also schon mal lernen, nicht irgendwo hinzumachen, sondern bewusst diesen Ort aufzusuchen. Mit der Zeit, wenn der Welpe die Blase besser koordinieren kann, räumt ihr die einfach wieder weg. Was ihr hingegen keinesfalls verwenden solltet, ist ein Katzenklo mit Klumpstreu. Das können die Welpen schlucken und dadurch, dass das Streu in der Regel, wenn es feucht wird, klumpt, kann das im Verdauungstrakt eures Welpen einen Darmverstoß verursachen. Also Finger weg davon. Zu Beginn sucht ihr euch einen ruhigen Platz zum Lösen. Diesen sucht ihr dann in weiterer Folge immer auf, sobald ihr das Haus verlässt. Dieser Platz sollte ruhig sein und den Welpen nicht ablenken. Achtet da unbedingt darauf, dass keine Passanten oder andere Hunde euren Welpen stören oder ablenken. Sobald ihr an der Stelle angekommen seid, an der sich euer Welpe lösen soll, gebt ihm einige Zeit. Manche Welpen brauchen wirklich einige Minuten, bis sie entspannt genug sind, um sich zu lösen. Macht da bloß keinen Stress. Falls ihr einen Garten habt, macht es eventuell auch Sinn, euren Welpen trotz allem an der Leine hinauszuführen. Gerade zu Beginn sind manche Welpen so aufgeregt und rennen herum und vergessen gar auf das Geschäft. Also, wenn ihr rausgeht, solltet ihr für Ruhe sorgen und wartet, bis euer Welpe sich gelöst hat. Nach dem Lösen könnt ihr euren Welpen natürlich gerne loben oder ein Leckerchen geben. Wer ist nicht stolz, wenn der Welpe sich gerade gelöst hat an der richtigen Stelle? Wichtig ist aber, dass ihr ihn bitte dabei nicht unterbrecht, während des Geschäfts, denn manche Welpen unterbrechen, dann weiterzumachen und das ist natürlich absolut kontraproduktiv. Worauf ihr außerdem dabei achten solltet, ist, dass ihr nicht sofort nach dem Lösen wieder reingeht. Manche Welpen empfinden das als Strafe und lernen ganz schnell, dass ihr mit ihnen länger draußen bleibt, wenn sie sich mehr Zeit lassen, ihr Geschäft zu verrichten. Umgekehrt, falls ihr merkt, euer Welpe hat eher Probleme mit der Umgebung, solltet ihr euren Welpen lieber früher wieder zurückbringen. Ansonsten lasst euren Welpen, nachdem er sich gelöst hat, ruhig noch etwas herumlaufen, etwas schnüffeln und gegebenenfalls lasst ihn von der Leine. Denn das ist eine super Belohnung, dass er jetzt frei rennen darf. Also, wie lernt der Welpe, wo er sich lösen soll? Hunde sind von Natur aus reinliche Tiere und verschmutzen in der Regel ihren Schlaf- oder Essensplatz nicht. Und diesen Effekt nutzen wir. Wir zeigen ihnen also fernab ihres Wohnraums einen Ort, an dem sie sich lösen können. Was ihr nun machen müsst, ist Folgendes. Zum Ersten mehrmals rausgehen pro Tag. Ihr müsst mehrmals pro Tag mit eurem Welpen an die Stelle gehen, an der er sich lösen soll. Während des Tages ist das circa alle zwei bis drei Stunden der Fall. Nachts hingegen können Welpen schon einiges länger aushalten. Rechnet damit vier bis sechs Stunden. Wichtig ist, dass ihr euren Welpen nach folgenden Aktivitäten vorsichtshalber immer rausführt. Erstens nach dem Schlaf. Zweitens nach dem Fressen. Und drittens nach dem Spielen. Das sind nämlich die Aktivitäten, nach denen die Welpen in der Regel sich lösen müssen. Und präventiv geht ihr ebenfalls vor dem Schlafengehen nachts nochmal mit eurem Welpen vor die Tür. Gerade zu Beginn müsst ihr wirklich schnell sein, euren Welpen rauszubringen. Wenn ihr ebenerdig wohnt und schnell an der Haustür seid, dann lauft einfach los. In der Regel rennen euch die Welpen nach und ihr habt ihn schon an die richtige Stelle gebracht. Da habt ihr es wirklich um einiges leichter. Wenn ihr hingegen in einem Hochhaus wohnt, beispielsweise im vierten Stock, und ihr müsst erst die Stiegen nehmen oder mit dem Lift fahren, dann ist die Wahrscheinlichkeit ziemlich hoch, dass der Welpe bereits am Weg irgendwo sein Geschäft verrichtet. Deswegen schnappt ihn, klemmt ihn unter den Arm und bringt ihn zur richtigen Stelle. Keine Sorge, im Arm pinkeln die wenigsten Welpen. Worauf ihr dabei aufpassen solltet, ist, dass ihr das Hochheben sanft macht, sodass sich der Welpe dabei wohlfühlt. Denn was ihr auf keinen Fall wollt, ist, dass ihr euren Welpen dadurch erschreckt oder gar ängstigt. So, das eine ist, dass der Welpe sich draußen lösen lernt. Die andere Sache ist die, dass wir uns wünschen, dass der Welpe sich meldet, wenn er muss. Leider ist das aber nicht natürlich. Also ein Hund gibt dem anderen Hund nicht Bescheid normalerweise, wenn er mal muss. Das bedeutet aber natürlich nicht, dass wir das nicht unserem Welpen beibringen können. Anhand der Körpersprache können wir natürlich erkennen lernen und lesen lernen, dass unser Welpe bald sein Geschäft verrichten muss. Also gewisse Hinweise geben sie uns mit der Zeit. Ziel ist es jetzt, dass ihr es erkennen lernt und dementsprechend agiert. Zu Beginn setzen sich die meisten Welpen wirklich nur hin, aus dem Nichts. Da gibt es wirklich kaum Vorboten. Und deswegen sollten wir eben gerade zu Beginn präventiv unseren Welpen schon rausbringen, bevor wir auch nur erkennen, dass er muss. Mit der Zeit gibt es aber gewisse Zeichen, die der Welpe von sich gibt, wenn er merkt, dass er ein Druckgefühl hat. Also, manche Welpen fangen an zum Beispiel am Boden zu schnüffeln. Andere bewegen sich plötzlich im Kreis. Andere Welpen werden gar plötzlich unruhig oder gar wild und fangen an, wild herumzubellen. Und manche Welpen verlassen plötzlich das Zimmer und dann weiß man, der muss jetzt schon, der sucht sich ein Plätzchen. Hier ist eure Beobachtungsgabe gefragt. Wenn ihr diese kleinen Vorzeichen seht, müsst ihr sofort agieren. Schnappt euren Welpen und bringt ihn raus. Ihr werdet merken, wenn ihr das zu Beginn gut macht und von Anfang an aufpasst, lernt ihr, diese kleinen körpersprachlichen Zeichen zu deuten und dementsprechend früher zu agieren. Schlussendlich entwickelt mit der Zeit jeder Hund seine eigene Sprache, mit der er zeigt, dass er sich lösen muss. Die werdet ihr bald verstehen und so habt ihr und euer Hund bald eure feine Geheimsprache. Manche fangen sogar mit der Zeit an, stärkere Zeichen zu setzen. Also sie setzen sich zum Beispiel vor die Tür oder sie fangen sogar an, an der Tür zu kratzen oder bellen laut. Das sind dann die Verhaltensweisen, die ihr weiterhin belohnt. Also wenn ihr seht, euer Welpe fängt an, zur Tür zu laufen, schnappt ihn und belohnt ihn, indem ihr ihn an seine Lösestelle bringt. Ihr werdet sehen, wenn ihr da gut aufpasst und schnell agiert, wird euer Welpe lernen, dementsprechend euch Bescheid zu geben, dass er jetzt aufs Klo muss. Eine Frage, die sich viele Welpenbesitzer stellen, ist, wie reagiert ihr richtig, wenn der Welpe doch mal reinmacht? Zuallererst gilt mal, wenn euer Welpe doch mal reinmacht, bitte bestraft ihn keinesfalls dafür. Wenn ihr die Lacke findet, nachdem der Welpe das bereits erledigt hat, dann putzt ihr das einfach weg. Ein Welpe kann im Nachhinein seine Handlung nicht reflektieren. Diese kognitiven Fähigkeiten haben Welpen schlichtweg nicht. Wenn ihr hingegen euren Welpen erwischt, wenn er gerade uriniert oder kotet, dann dürft ihr ihn sanft unterbrechen. Und die Betonung liegt auf sanft. Also sprecht ihn ruhig dabei an, nehmt ihn und führt ihn raus oder tragt ihn raus. Achtet dabei aber darauf, dass sich euer Welpe auf keinen Fall erschrickt oder Angst vor euch bekommt. Das wäre absolut kontraproduktiv. Der Grund, warum ihr eure Welpen nicht bestrafen solltet, ist folgender. Zum einen ist es mal ein ethischer Aspekt, dass ich der Meinung bin, dass man Welpen nicht dafür bestrafen sollte, nur weil sie reinmachen. Sie sind nun mal Hundekinder. Welpen lernen deswegen aber auch nicht schneller, stummrein zu werden. Schlussendlich ist das eine körperliche Entwicklung und sie müssen erst lernen, ihren Körper zu kontrollieren. Zum anderen lernen viele Welpen durch die Strafe etwas, was wir überhaupt nicht gebrauchen können. Nämlich, sie verknüpfen die Anwesenheit von euch mit der Strafe. Und das sind Welpen, die dann anfangen, sich heimlich zu lösen. Das sind die, die sich heimlich Plätze suchen, wo ihr sie nicht beobachten könnt. Und dann ist das Problem überhaupt nicht gelöst. Ihr findet dann einfach irgendwo an absurden Stellen das eingetrocknete Geschäft. Also, bestraft eure Welpen bitte niemals dafür, dass sie reinmachen. Schlussendlich müssen sie lebenslang in Anwesenheit von euch sich lösen können und sie sollten sich dabei niemals unwohl fühlen. Was ist normal und was ist nicht normal? Wie lange es dauern wird, bis euer Welpe stubenrein ist, hängt von mehreren Faktoren ab und ist schlussendlich ganz individuell. Generell gilt, es kann bis zu fünf Monate dauern, bis euer Welpe volle Kontrolle über seine Geschäfte hat. Danach können zwar immer noch die ein oder anderen Unfälle passieren, aber mit fünf bis sechs Monaten sollte das Thema Stubenreinheit weitgehend abgeschlossen sein. Dazwischen ist die Bandbreite groß. Manche Welpen machen von Tag eins kaum rein und manche Welpen brauchen eben etwas länger. Notiert euch am besten diese Unfälle und schaut alle paar Tage, ob ihr Fortschritte macht. Wenn ihr merkt, die Lernkurve geht nach oben, seid ihr am besten Weg. Was hier noch wichtig zu erwähnen ist, ist die ersten Erfahrungen bezüglich Stubenreinheit finden nicht bei euch statt, sondern beim Züchtern. Der Untergrund, auf dem die Welpen sich dort versäubern konnten, wird bereits verknüpft und später als bevorzugter Untergrund genützt. Wenn der Welpe beispielsweise beim Züchter auf Fliesenboden sich gelöst hat und ihr habt Fliesenboden zu Hause, dann kann das der Grund sein, warum euer Welpe sich hauptsächlich dort lösen will. Umgekehrt, wenn der Züchter bereits Wiesenuntergrund zur Verfügung gestellt hat, wird euer Welpe hauptsächlich auf Wiesenuntergrund sich lösen wollen. Und das hilft natürlich. Wichtig ist außerdem, dass die Züchter, sobald die Welpen sich selbstständig lösen können, ihnen die Möglichkeit geben, die Wurfbox zu verlassen. Sie müssen also so früh wie möglich lernen, ihren Schlafplatz zu verlassen, um sich lösen zu können. Falls das nicht der Fall ist, und das ist bei schlechten Züchtern oft der Fall, dann kann das ein Grund sein, warum Welpen später Schwierigkeiten haben, Stubenrein zu werden. Also, habt das bitte im Hinterkopf. Was mir hier noch wichtig zu erwähnen ist, ist, falls euer Welpe plötzlich reinmacht oder ihr das Gefühl habt, aus unerklärlichen Gründen wird die Stubenreinheit nicht besser, dann geht lieber mal zum Tierarzt und klärt ab, ob möglicherweise gesundheitliche Probleme vorliegen. Das kann so etwas Benales wie eine Blasenentzündung sein, die übrigens gar nicht so selten bei Welpen vorkommt. Es gibt aber natürlich auch andere Erkrankungen, die dazu führen können, dass euer Welpe nicht stubenrein wird. Also das bitte im Zweifelsfall abklären lassen. Zu guter Letzt gibt es einige Stolpersteine am Weg zur Stubenreinheit. Passt also auf, dass euch folgende Fehler nicht passieren. Ein Welpe muss entspannt sein, um sich lösen zu können. Da hilft Stress und Druck nicht. Gebt euren Welpen also genug Zeit beim Spaziergang, um zu schnüffeln, um die Umwelt zu erkunden und hetzt euren Welpen bloß nicht. Generell gilt, je entspannter der Spaziergang, desto besser. Und was ihr ebenfalls vermeiden solltet, sind zu lange oder zu erregende Spaziergänge. Manche Welpen sind die Spaziergänge zu lang oder zu aufregend und sie können sich vor Anspannung nicht lösen. Das werdet ihr merken, indem ihr nach Hause kommt und euer Welpe anstatt draußen sein Geschäft verrichtet zu haben, sich entspannt und erleichtert zu Hause löst. Wenn euch das passiert, wisst ihr, in Zukunft müsst ihr eure Spaziergänge vielleicht etwas ruhiger oder etwas kürzer gestalten. Zu guter Letzt ist das Thema Stubenreinheit gar nicht so einfach und es gibt viele Faktoren, die man dabei berücksichtigen muss. Macht euch da bitte keinesfalls Druck. Jeder Welpe hat sein Tempo und manche Welpen werden nun mal schneller stubenrein als andere. In diesem Sinne wünsche ich euch viel Erfolg beim Erlernen der Stubenreinheit. Macht euch da keinen Druck. Genießt die Zeit. So süß wie jetzt sind eure Welpen nie wieder. Und wie immer verabschiede ich mich mit viel Spaß beim Training mit eurem Welpen. Musik 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 Musik